Moin, mein Name ist Albu, ich bin gerade im Wald unterwegs mit dieser kleinen Dose auf relativ unkonventionelle Art und Weise ein Feuer machen. Wer dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser kleinen Pappschachtel verbirgt sich diese kleine Dose, aber auch noch eine zweite andere Dose. Das ist nämlich ein Solarfeuer-Set von Hübler. Dieses kleine Set ist mir für dieses Video von Sicherstadt.de zur Verfügung gestellt. Schaut da gerne mal unten in die Beschreibung, da gibt es einen Link zu der Seite. Sicherstadt.de ist den meisten von euch wahrscheinlich schon mal zumindest am Rande ein bisschen im Begriff. Dort findet man auch viel Prepping und Survival-Sachen. Was ist drin? In unserem kleinen Solar-Set, hier gibt es eine kleine Anleitung mit auch noch ein paar Hinweisen. Ganz praktisch, ganz nett geschrieben. Und es gibt diese zwei kleinen Blechbüchsen. In der kleinen Blechbüchse finden wir einfach nur ein bisschen Schokoloth. Das ist Kohlewolle. Also im Prinzip unter Sauerstoffabschluss, also ohne dass da irgendwo Sauerstoff dazukommen könnte, verkohlte Baumwolle in einem Gefäß. Kann man auch sehr gut selber herstellen. Nette kleiner Vorrat, der da gratis mitgeliefert wird. In der eigentlichen wichtigen Blechdose sehen wir oben erstmal eine Schnur drauf. Was hat es mit dieser Schnur auf sich? Hier drin haben wir einen Kern aus Baumwolle. Außen drum ist Leinen, um das komplette Verbrennen nach außen hin zu verhindern. Wir wollen also hier drinnen die Baumwolle anzünden. Und dann können wir sozusagen die Glut mit uns rumtragen und die irgendwo anstecken. Sehr praktisch gemacht, finde ich. Der kleine Messingring ist dafür da, dass man das hier oben drüber stülpt und dann sozusagen den Finger zumacht, sodass kein Sauerstoff mehr rankommt. So geht das Glühen dann relativ schnell aus. Kernstück des Solarsets ist natürlich etwas, was mit Solar zu tun haben muss. Hier finden wir ein kleines Tüchlein und in dieses Tüchlein ist etwas eingewickelt. Was haben wir da? Im Prinzip ein Lupenglas. Ihr seht es hier, es hat übrigens keine scharfen Kanten, falls ihr davor Angst habt. Ja, dann machen wir doch mal einen kleinen Test. Die Linse ist übrigens 5 cm breit und das ganze Set kostet 16,90 Euro. Die Grundidee ist es also, die Sonne zu bündeln mit diesem kleinen Lupenglas und das entweder auf die Kohlewolle zu machen oder auf die Schnur, um so eine Art glühende Kohle zu erschaffen, die ihr dann in ein Zundernest tragen könnt. Das Ganze funktioniert ganz fantastisch, wenn man eine gute Sonne hat, denn dann kann man sehr schön die Sonnenstrahlen bündeln, auf zum Beispiel die Kohlewolle draufrichten und dann fängt das an zu glühen und direkt in ein Zundernest reinpacken oder kurz ganz schnell auf ein Zundernest drauflegen, ein bisschen pusten mit Gefühlen natürlich und dann entsteht sofort eine Flamme. Super interessant, super einfach und auch irgendwie mal ein bisschen was ausgefallen ist. Das hat mir Spaß gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Tja, heute haben wir kein besonders gutes Wetter. Wir haben irgendwo bei 3 bis 5 Grad, wir haben überhaupt keine Sonne, wir haben sogar fast schon Abenddämmerung, aber ich wollte einfach mal gucken, ob man das auch schon hinbekommt. Tja, und ihr seht schon, wenn so wie jetzt alles komplett grau ist, also kein einziger Sonnenstrahl da ist, dann funktioniert das Solar Set natürlich nicht. Das ist aber auch so angegeben. Tja, das Solar Set von Hübler zur Verfügung gestellt von sicherstadt.de. Danke nochmal an dieser Stelle. Ein super kleines, nettes Tool. Ich finde es klasse, vor allen Dingen ist alles gut verarbeitet. Es kommt in einer schönen Pappschachtel anstatt in Plastik daher. An sich gibt es kein Plastik sonst. In diesem Paket, was mir immer sehr gut gefällt, ich mag den Verzicht auf Plastik und es ist alles dabei, was man braucht, um direkt loszulegen. Top von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos zur Ausrüstung. Einfach mal durchklicken, da ist der Nachmittag mit gerettet. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren oder zu meinem Hauptkanal kommen, dem Outdoor-Kanal, wenn du da noch nicht vorbeigeschaut hast. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.